Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge NEVER! So, wir suchen mal wieder irgendeinen Server aus der... Keine Ahnung, nehmen wir einfach den da. Äh, ja. Und dann geht's gleich los. Äh, pfff, was haben wir heute vor, ne? Wir werden mal wieder, glaub ich, ein wenig Geld verdienen, vielleicht ein paar Waffen finden und mal wieder ein wenig leveln. Weil irgendwas anderes hab ich noch nicht rausgefunden, was man spezielles machen kann. Ähm... Den Sound mal wieder leiser stellen. Das ist irgendwie... Jedes Mal in dem Spiel so. So. Wir sind wieder in dieser schönen grauen Welt. Oh, oh, geil. Na dann auf Kies, leck mich immer an. Naja. Hm, merkwürdig, der Sound kommt mir auf einmal so mega leise vor. Wo sind wir eigentlich? Was? Warum sind wir denn jetzt da? What the fuck? Ja gut, okay, merkwürdig. Aber... Damit müssen wir jetzt leben. Äh, pfff, ja. Was war denn das jetzt? Das ist... Foff... Insekt... Okay. Insektenspray. Aha! Das ist immer so ne Kiste drinnen. Ammo. Nix anderes? Toll. Scheiß Wagen, ey. Ach ja, ach ja. Hier war ich noch nie. Never search is underway. Never search is underway. Was heißt denn das? Das sind Papiere, die rumfliegen, ey. Need to read. Ist hier vielleicht irgendwas drinnen? Ne? Ja, Egg... Essen. Nice. Gut, wir haben Essen gefunden. Ist dann grad eben noch Eggse-Mine drinnen da. Na? Hä? Okay, wohl irgendwie so ein kleiner Bug. Na ja. You'll never know what you'll find in a place like this. Even though it's been stripped pretty much bare. I dream of finding a working soda fountain one day. Okay. Ach geil, wir können die Dinger searchen. Nice. Gut, wir haben schon mal ein Arschvoll Essen. Da ist wieder so ein Fliegerviech. Warte mal, warte mal, warte mal. Diese Mucke, ey. Ah, ich hör keine Viecher. Jetzt hab ich grad eben Viecher gehört. Toll. Es ist immer so ein... Ah, schon offen. Achso, ich glaub ich kam von hier. Dann gehen wir mal da hier. Oh, geil. Komm, was Großes. Not enough keys to unlock. Ich hab gar keinen Key. Wir sollten irgendwann mal gucken, wie man solche Keys findet. Vielleicht googeln's mal. Hm. Dann checken wir mal... Na, ach Gott. Ja, man kann mal weiter hoch. Wir sind voll sportlich, ey. Wir gehen voll ab. Ähm, dann gehen wir mal aufs Dach hier. Wir wissen noch. Einmal auf dem Dach. Haben wir was ziemlich geiles gefunden. Und vielleicht finden wir wieder was Nices. Wenn's irgendwann mal ein Ende nehmen würde, die das hochlauft. Ah, da ist ja schon mal was. Ein Bücherregal. Da werden bestimmt ne Waffe finden. Naja, fast. Schon mal was. Also da kann ich mich nicht beklagen. Okay, hier haben sie also ihre Zelte aufgeschlagen. Gegessen. Na, komm. Packen wir uns mal hier hin. Ah, lecker Tee. Geil, geil. Ist das was? Ne. Da auch nicht? Okay. Noch haben wir nur die Kackwaffe. Ah, dafür braucht man einen Schlüssel, ne? Ne, nicht mal. Gut. Woddel und Muni. Hier ist ein... Ein Suicide Point. Okay. Das bringt uns nicht viel. Haben wir nicht vor uns umzubringen. Das ist uns secured, okay? Da war wohl voll die geile Party. Boah, da können wir mich wieder die Action sehen. So machen es die Richtigen. Hier keine Pille, Balle, Aua. Aber okay, das war natürlich blöd. Aber, äh... Oh, failed. In welcher? Ja. Ja, safe zone attack. Nicht bei uns. Alles, was nicht bei uns ist, was schlecht ist, ist in Ordnung. Nein, nehm ich aber mal... Glaub ich, ich trink mal hier Soda. Jetzt müssen wir Heilung kriegen. Boah, Alter, ist die Lahm. Und heilt sowas von gar nicht. Natürlich, komm mal, ich will mal wissen, was der macht. Komm, du da. Nichts. Nichts. Immer noch nichts. Merkwürdig. Hm. Na. Ja. Was machen wir hier? Ich würde sagen, wir gehen... Celery Center, komm. Ah, Mann. Als geradeaus und nach fünf Blöcken rechts. Oh, das leuchtet schön. Könnte was sein. Heißt denn das? Da waren wir mal vorhin drinne. Hm. Naja. Boah, ich musste kurz Niesen- Ich glaube, dieser tolle Ton da drinne. Hm. Und hier ist gerade tote Hose, ne? Naja, eigentlich wünsche ich mir, dass es so bleibt, weil ich keinen Bock hab, dass irgendwelche Viecher dann kommen. Und uns mal wieder hier... Mal wieder, ne? Ist toll, dass ich's so sage. Uns mal wieder hier richtig geil töten. Okay. Weißen weiter geradeaus. Da rüber müssen wir. Das Auto kann durchsucht werden. Na, spielen wir AC-3 hier. Ist übrigens die Abkürzung für Assassin's Creed. AC. Ah, hier geht's runter. Gut. Können wir ja... Geilen Sprung machen. Das Auto durchsuchen. Na, Auto? Da hinten? Ja, da ist es. Mein Auto! Ja, da fahren wir gleich los. Ist das ein Scherz, oder? Ich f*** mich hier ab, um dieses Auto zu kriegen. Und dann... Nööööööööö. Ich mach gar nichts mehr bei dem, ey. Der macht mir nie was. Okay, scheinbar macht der wohl doch was. Alter, der geht ja doch ab. Aber irgendwie erst, nachdem man nichts macht, keine Ahnung. Die vorherigen, die waren jetzt nicht so aggro auf mich. Ach man. Ja dann, äh, gleich nochmal, wa? Ach wunderbar. Ich spawne gerne in Safe Zones, die dabei sind, angriffen zu werden. Ja, komm, ey. Ja komm ey, leck mich am Arsch. Da hab ich keinen Bock drauf. So, Switch. Play. World. Nenne, das lass ich hier nicht mit mir machen. Das ist sogar viel besser als Safe Zones, können wir nicht zum... Ah, wir waren noch nicht beim Shopping Center. Ja komm, kann mal hingehen. Gucken wir mal, wie es, wie es da so aussieht. Ein Auto. Ein Auto. Na? Ich weiß nicht, ob ich im Auto hier fahren kann. Ich denk's mal nicht. Unlock. Ja, leg mich am Arsch. Kann ich nicht. Will ich nicht. Was ich nicht machen kann, ist, soll im Spiel nicht hier... drin sein. Das sind die Unfer. So, hier ist... Habt ihr was? Nee. Nee, nee. Ähm... Wir sind noch nicht mal im Shopping Mall. Nein, es ist zu früh abgewogen. Claim... Ah, da, 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 da. Ich fass was übersehen. Claim zu 44%. Uuuuh. Oh, ich seh was. Ich hab was gesehen. Ah, nur Ammo. Schade. Dachte ich schon, ich hätte ne Buffe endlich. Scheinbar... Ähm... Claim ich gerade hier das Gebiet, weil ich bei Sota bin. Ich weiß nicht mal, was Sota heißt, also... Naja. Wie komm ich denn jetzt da raus? Ich will da lang. Komm, geh mal hier lang. Es müsste klappen. Voll geil gegähnt, ne? Steht hier voll drauf. Ich seh wieder, wir kriegen diese... In dieser Folge nichts geschissen. Ah, da haben wir was. Außer einmal sterben und irgendwie rumrennen und Sachen suchen und nichts Gescheites finden. Ja gut, dann nehm ich halt das nichts Gescheites finden doch mal zurück. So. Geiles Cutter, ne? Was haben wir? Science and Raffle Frame. Ja, Mann. So will ich das haben. Jetzt slay ich sie alle weg. Bam Bam. Attack will happen in 10 Minutes. Attack will happen in 10 Minutes. Ach, ich bin mal im Shopping-Setter gerade. Das ist das. Alter, das Gebäude da hinten. Lass da hingehen. Lass da hingehen. Es ist glaube ich sogar auf der Map. So, Ziel für heute, dieses riesige Gebäude da hinten. Mal ein wenig näher in Augenschein zu nehmen. Ammo Pain Pills. Lecker. Und wir looten natürlich alles, was geht. Denn man weiß nie, was man zwischen Mülltonnen und irgendwelchen Bullshit finden kann. Na, Inventar. Okay. Das sieht schon mal ziemlich stark nach einer Feuerwaffe aus. Oh, 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 nice. Das könnte was werden. Eine Axt. Battle Axe. Jetzt weiß ich nicht, was mehr zieht. Battle Axe. Damage 375. 450. Mein Schwertchen. 200. Komm, weg mit der Kacke. Battle Axe. Ja, komm, Alter. Ja, wir behalten jetzt einfach mal. Vielleicht können wir sie verkaufen. Hier, unser geiler Katana ist hier am besten. Mein Headset kotzt mich jetzt schon die ganze Zeit an. Warte mal. So. Ich sitze jetzt ein ticken besser als vorher. Alter, dieses riesige Gebäude. Uh, nein. Alter, was? Was ist gegen hier schief? Oh, das ist diese Brücke. Okay, dann kann ich jetzt hier lang gehen. What the fuck? Das ist ein Scherz. Willst du mich verarschen? Ich bin verreckt. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, nee. Es scheint mir noch, noch mehr, äh, noch dunkler, noch mehr dunkel geworden zu sein. Ähm. Toll. Weißt du, jetzt haben wir so mega geile Waffenteile gehabt und so, ne? Und dann, ähm, peile ich nicht, was abgeht und denke, da kann man lang gehen und bam, tot. Jetzt mal hier Essen aufnehmen. So. Jetzt haben wir das Kackschwert hier, Mann. Jetzt war ich froh, meinen Katana zu haben. Dann, pam, weg. Weg die Kacke. Der Nevergod ist uns nicht, äh, ist uns hier nicht gut geheißen. Der mag mich aber nicht. Ja, demnächst wird übrigens dann endlich, äh, Jeremy mit einsteigen, also CubeSide. Dann hoffe ich mal, dass wir dann mehr Glück haben. Blinkt nicht, kann man nicht durchsuchen. Was nicht blinkt, ist nicht gut. Wir gehen zum Highway irgendwas, Tower, Dings vom Teil da. Äh, das ist eins der Riesenhäuser, glaub ich, gewesen, oder? Ja, lass hingehen. Das wär so mega nice, wenn man da reingehen könnte. Und unten hin geht ja. Ja, jetzt immer weniger, weil ich da bin. Aber ich würde hier diesen Mülleimer-Müllcontainer hier schnell durchsuchen. Danach klau ich denen einfach das. Ja, genau, braucht Schlüssel, um den Mülleimer zu öffnen, hier. Bullshit, Alter. Den kann ich da suchen. Extra Cash, ja, komm, ungefähr. Und ich glaub, wir haben Geld verloren, ja. Wir verlieren immer irgendwie 150 Geld, wenn wir sterben. Ähm. Was eigentlich nicht geil ist. Denn ich sterb oft. Oft und gern. Alter. Hier ist irgendjemand verreckt. Alter, nice. Ja, geil, wa? Schnell weg hier. Alter. Nur nie so viel gefunden. Einfach so... Mal erstmal gucken, was hab ich denn alles gefunden? Eine Waffe. Shotgun... Ach nee, Shotgun-Frame. Dann hab ich hier einmal eins, zwei, drei. Also drei Leute sind hier gestorben. Oder... Einer hatte drei Sachen dabei. Das war richtig dumm, wer. Jetzt wüsste ich auch mal, wie man diesen Backpack benutzt. Small Backup 100 Capacity. Drop. Ne, ich will ihn benutzen. Hm. Grenades haben wir aber. Weiß ich auch nicht, wie man... Ah, Quick Slot. Machen wir mal Quick Slot 6. Wie benutzt man einen Rucksack? Ernsthaft. Ich weiß es nicht. Ich glaub ich such mir das echt mal im Internet nach. Da hinten blinkt was. Weil wir wollten... Ich hab ja gerade irgendwas gehört. Verstecken wir uns mal. Loll. Klingel. Ja gut, kleinen Moment. So, da sind wir wieder. Julian war gerade eben hier. Äh... Ha. Dann würde ich sagen, geh mal weiter. Hat übrigens ein klein wenig gedauert. Ich weiß nicht, wie viel Zeit vergangen ist. Ja, ich glaub 20 Minuten oder so. Wir haben Glück, dass ich nicht gekillt wurde. Ich hab ja... Ich hab nämlich auch online geblieben. Und... Ähm... Joa, ne? Was ist denn hier? Achso, wir sind nur der... Der Start-Safe. Gut, wenn wir nicht sagen, tanken wir ein paar Päckchen. Und... Monster-Geräusche. Wir tanken ein paar Päckchen für... Die nächste Aufnahme. Der wir die dann irgendwann... Vielleicht, wenn wir Glück haben... Zeit und so weiter halt... Deliveren können. Na, ich kletter mal hier hoch. Vielleicht... Einmal in meinem Never-Leben. Vielleicht ist da dann mal was. Ich glaub, mein Never-Leben ist einfach scheiße. Da wär ich fast... fast verreckt, ne? Lol. Kein Schaden gekriegt, ne? Standard. Ganz normal. Wie viel kann man noch tragen? 30... 20 ungefähr. Für ein Päckchen reicht das noch. War da eins? Nee, da war keins. E3. Ist hier was drinne? Nee. Hier haben wir da... Oh, da ist ein Spieler. Can't fire in the safe zone. E2 Access. China Tribe. Kiwi CPK. Cooler Typ. Cooler Typ. Ja, hier wird wohl nix sein. Ah, ein Päckchen. Hammergeil. Wenn ich sag, hier wird wohl nix sein, ne? So, dann muss ich zu... Vlad. Fast irgendwas. Order of the irgendwas. Na, vielleicht... Trade. Ne, der... Der... Der normal normal zieht da... Zieht da die Sachen gleich hoch. Wir sind Level 4, ey. Geil. Ich wusste gar nicht, dass wir... Ne, Player Increase Level 2. Unser... Gesamtteil ist Level 4. Unser Account. Nice. Und dann haben wir Survival. Und ich glaube, der... Der Vlad, der ist da drüben. Na, guck nochmal kurz. Vielleicht ist hier irgendwas... Supply is up being dropped at irgendwas. Trade of the Order. Da ist nichts. Nix. Mahlzeit. Da hinten. Vielleicht ist da was. Global Inventory. Okay, das heißt, man kann da Sachen reinlegen. Wardrobe Store. Store! Da ist was. Nice. Ich sag so oft nice. Kann man sich was kaufen? Bei einem dicken Backpack. 350, Alter. 350. Oh, was ist das denn? Solche Special Dinger. Aha. Das sind ja ganz schön teure Sachen hier. Gibt's die hier doch. Oh, was ist das denn? Sheet Metal. Ne, will ich nicht buiten. Was ist das? Also die Waffen sind richtig billig. Katana für so und so wenig. Flashlight. Wing Glider. Wing Glider. Das ist Wing Glider. Quick Slider. You need to be in the air before using. Cannot accurate. No, no. Steel. Drops von Death. Geil. Prochase. Klar, nehmen wir. So. Warte mal. Kann ich verkaufen? Kann ich es da rein machen? Bei Gold. Jetzt ist er ausgetappt. Hat auch die Aufnahme abgebrochen. Äh, naja. Gut, ich denke mal der hat nix. Das ist einfach... Ja, Market, wa? Kann man für Geld halt geilen Stuff holen. Aber wir, wir sind die... Die Mafakka schlecht hitten. Wir brauchen sowas nicht. Das Gleiten funktioniert echt. Ja! Nice. Kraft. Ja man, mach. Wir haben ne Schrotze. Ach, dafür braucht man das Insekten-Döschen. Cool. Museum, Museum. Gut, dann würde ich sagen... Wir haben jetzt mal wieder ne Waffe. Wir sind jetzt wieder verteidigungsfähig. War eine klein wenig längere Folge, würde ich sagen. Ähm, dann würde ich sagen... Ja, ich würde die ganze Zeit Sachen sagen. Interessant. Ähm, ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss!